Wie können Fimose-Geringeren Grades empfohlen werden? Die traditionelle Therapie hingegen in der allseits bekannten Beschneidung neben diesen beiden traditionellen Therapien bietet sich Fimostop an, also die Verwendung dieser kleinen Silikonröhrchen, die sowohl bei geringerem Schwergrad als auch stärkerem und mittlerem Schwergrad angezeigt sein können, immer dann, wenn der Patient hoch motiviert ist, einen chirurgischen Eingriff zu vermeiden. Vielen Dank.